So Leute, willkommen zurück zum Let's Special Part E-Baboo Part 3 mit dem Lied Wie ihr hört, Don't Wake Me Up von Chris Brown So Leute, ich hab keine Freundschaftsanfragenplätze mehr vor euch! Guck mal, wie viele Freunde ich schon hab! Hier! So Leute, jetzt schreiben alle auf 3 Ich spür, Frau Jodie! Ich spür, Jodie, komm! Die nervt mich Die nervt mich auch Die nervt mich auch ein bisschen Entschuldigung, kurzer Zeit Ich muss mich ein bisschen zanken Ja Oh, jetzt kommt Takata von Takabro Viel Spaß Hilfe 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 No, 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 no. Boah, warum seid ihr denn immer alles Kaloschi? Geht die Party ab. Wuh. an am nan an feld das hat ein feld feld das ist die 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 Nein die 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 in der Nähe der Bühne das heißt es wird an der Kontakte nach der Stelle alle Leute alle Freunde lernen und alle so schnell wie möglich in den Teleporter rein! Wuhu! Takata! 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 Leute jetzt kommt doch in den Teleporter rein! Das geht doch schneller! Takata! 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 Ich liebe dich! Nein! Tschüss VIP! She's doing, I think she's a proud! She's a rockin' to the home, she makes sure that she knows! She's a celda ela ela- ae- 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 anz-tops! Tut mir leid, wenn ich singe! Tut mir leid! Ich muss mal eben immer kurz herschreiben. Ich muss mal eben kurz herschreiben. Ich muss mal eben kurz herschreiben. Ich muss mal kurz herschreiben. Ich muss mal kurz herschreiben. Dankeschön, dass du weggegangen bist. Vielen Dank. Vielen Dank an Schiller 12. Vielen Dank. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Nein, du kriegst jetzt trotzdem was. Du kriegst nur leider 500 Gold Waren. Tut mir leid, aber egal. Ich habe leider nicht mehr. Gar nicht nix zu. Leute, tut mir leid. Der nächste Part kommt jetzt. Vierter Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.